Guten Tag, ich bin Erik Meier. Sie kennen mich sicher noch aus meiner Zeit beim HSV. Aber niemand kennt mich als Erik, den Schauspieler. Früher haben Fußballspieler Fußball gespielt, trainiert und wieder Fußball gespielt. Wir hatten keine Zeit, zwei Sachen auf einmal zu machen. Aber jetzt ist alles anders. Deswegen möchte ich euch mein Lieblingsgedicht vortragen. Der Panther von Rainer Maria Rilke. Erik hat den Copy-Trader von eToro entdeckt. Jetzt kann er endlich zwei Dinge gleichzeitig machen. Während er sich also auf seine nun ja Kunst konzentriert, investiert er gleichzeitig wie ein Profi. Melde dich kostenlos an und trade wie die Profis mit dem Copy-Trader von eToro. Danke.